Servus Leute, Vitress hier und das hier ist nur ein kurzes Infovideo zum Rangedang, weil dieser Junge hat echt mehr Abos bzw. Klicks verdient. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen Mitgliedern 107 Abos was ausrichten kann, aber es wäre sehr geil, wenn ihr einfach mal bei dem vorbeischaut. Er hat im Moment 72 Abos und 2000 Aufrufe fast und ich denke, der hat noch sehr sehr viel Potential, Junge. Gucken wir mal an, was Ciro ihm editiert hat. Okay, also er macht nicht nur so Miniclips, er macht auch Commentaries. Es wäre sehr geil, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Ich bin raus, Servus Leute, Vitress hier.